Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Quabbelnder Toad anzunehmen bei Kivou in Voldun. An dieser Position Ich nehme die Quest gleich mal an. Ich darf nun in diesem Questgebiet solche Skorpaschi Giftschwanz töten. Skorpaschi, ok. Hätte man auch einfach wütende Skorpione nennen können, aber nein, Skorpaschi. Und vermutlich spreche ich es auch noch falsch aus. Ist mir aber egal. Den Namen habe ich nicht erfunden. Okay, bis jetzt ist die Drop Chance 100%. Oh, es geht so weiter. Oh, wie man sieht, dahinten sind noch viele. Daraus gesetzt, das Gebiet ist nicht überfarmt. Hi. Ja, passt. Die Vögel hier benötige ich nicht. Und nun? Ja, dann habe ich die Quest schon. Zeige euch noch die Map. Das Gebiet ist viel größer. Hier rechts zum Seg gibt es auch noch einen Haufen. Ich sollte jetzt mein siebter Skorpaschi Stachel bekommen. Da ist er auch schon. Quest ist abzugeben bei Kivou in Voldun. An dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao.